In der 9. Aufgabe war eine Schaltung gegeben, die bestand aus einer Spannungsquelle, einer Gleichspannungsquelle mit einer konstanten Quellspannung von 25 Volt, an die ein Schalter angeschlossen war. Dieser Schalter sollte zum Zeitpunkt T gleich 0 geschlossen werden und dann über einen Widerstand R, der Widerstand R war 3,3 Kiloohm groß, eine Kapazität oder einen Kondensator C aufladen. Und dieser Kondensator C war 6,8 Mikrofarad groß. Und was man jetzt eben bei diesem Schaltvorgang oder bei diesem Ausgleichsvorgang berechnen sollte oder machen sollte, ist eine Differenzialgleichung für die Spannung über dieser Kapazität hier aufstellen. Und zwar für die Bedingung, für die Anfangsbedingung, die war gegeben als Anfangsbedingung, dass die Spannung über der Kapazität zum Zeitpunkt T gleich 0 sollte minus 15 Volt sein. Also am Anfang, bevor der Schalter geschlossen wird, war der Kondensator auf minus 15 Volt aufgeladen. So, was kann man jetzt also Schönes machen? Man stellt die Stromspannungsbeziehung an den Bauelementen auf. An diesem Widerstand hier gilt, wenn man mal noch den Strom einzeichnet, ein Strom I von T, der in diese Richtung fließt und eine Spannung UR von T, die über diesen Widerstand abfällt, dann gilt, dass I von T natürlich genau das gleiche ist wie UR von T durch R und dass sich I von T auch, das ist ja der gleiche Strom hinten, der durch die Kapazität durchfließt, natürlich auch schreiben lässt als C mal DUC nach DT durch, ja, oder DUC nach DT, die Ableitung dieser Spannung nach der Zeit. So, das sind die Stromspannungsbeziehungen. Einen Knotensatz braucht man hier nicht so wirklich, weil das ja der gleiche Strom ist, der hier und dort fließt in diese einen Masche. Man bräuchte aber noch einen Maschensatz und der Maschensatz sagt uns, dass die Quellspannung, zumindest dann, wenn der Schalter geschlossen ist, genauso groß sein muss wie UR von T plus UC von T. Also von hier oben nach hier unten auf diesem Weg muss natürlich genau die gleiche Spannung sich ergeben, wie von oben nach unten auf dem Weg hier hinten. So, diesen Maschensatz kann man jetzt mal nach UR von T umstellen. Dann steht da UQ minus UC von T und dieses UR von T hier oben einsetzen. Vorher vielleicht noch, um diesen Bruch zu vereinfachen, das R auf die andere Seite rüber multiplizieren. Ich schreibe mal hier hinter 1 mal R und setze für UR von T jetzt das hier ein. Dann steht da UQ minus UC von T ist gleich R mal C mal DUC von T nach DT und dann kann man eben noch das hier auf die andere Seite rüber holen, addieren. Das mache ich jetzt mal einfach gleich so in diesem Schritt und dann haben wir auch schon unsere Differenzialgleichung erste Ordnung, weil da die erste Ableitung der Funktion und die Funktion selbst drin auftaucht. Dieses Inmo-Gen, weil hier drüben gibt es sozusagen eine, in diesem Fall linke Seite, eigentlich eine rechte Seite mit dem UQ von T, äh UQ konstant. Die ist linear, diese Differenzialgleichung, weil da nur die Funktion und die Ableitung der Funktion und auftaucht kein Quadrat oder keine Wurzel der Funktion und die hat konstante Koeffizienten, weil das R und C nicht von der Zeit abhängen. Und diese lineare inhomogene Differenzialgleichung erste Ordnung mit konstanten Koeffizienten lässt sich noch relativ einfach lösen. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns die homogene Differenzialgleichung an. Das ist die, wo hier drüben einfach eine Null steht. Null ist R mal C mal die UC von T nach DT plus die Funktion an sich, UC von T. Und schauen da jetzt scharf drauf und sagen, okay, wenn die Funktion an sich und die erste Ableitung der Funktion immer Null ergeben müssen für alle Zeiten, dann muss ja die Funktion an sich und die erste Ableitung der Funktion, die müssen irgendwie gleich sein, damit die zusammen immer Null ergeben können, unabhängig von der Zeit. Jetzt kann man sich halt überlegen, für welche Art von Funktion ist das so, dass die erste Ableitung der Funktion und die Funktion selbst gleich sind. Das gilt für die E-Funktion. Deswegen wählen wir mal als Ansatz, dass UC von T einer E-Funktion gehorcht. E hoch Lambda T und noch mit einem K davor. Was macht das Lambda? Das Lambda straucht und streckt die Funktion nachher in diese Richtung, weil das ja direkt vor dem T steht. Das K staucht und streckt die Funktion in vertikale Richtung, weil es ja direkt als Faktor vor dieser Funktion steht. Mit dem K und mit dem Lambda kann man also die Funktion nachher anpassen an die Gegebenheiten dieser Schaltung. Außerdem brauchen wir das Lambda und das K natürlich für die Einheiten. Man kann nicht E hoch T rechnen. T ist ja eine Zeit in Sekunden. Irgendwas muss noch die Einheit Sekunden wegmachen. Das macht das Lambda. Das Lambda hat die Einheit einer Frequenz, sodass hier E hoch was Einheitenloses steht. Das kann man ausrechnen. E hoch was Einheitenloses ist natürlich auch was Einheitenloses. Hier soll am Ende aber eben eine Spannung rauskommen. Deswegen muss das K die Einheitlöser Spannung haben. So und das können wir dann hier einsetzen. Jetzt brauchen wir noch die Ableitung davon. D U C von T nach D T. Das K ist ein konstanter Faktor. Das kann man abschreiben. Die Ableitung der E-Funktion ist die E-Funktion. Und dazu kommt jetzt noch die innere Ableitung dieser verketteten Funktion laut Kettenregel, das Lambda. So, diesen Ansatz, den setzen wir jetzt hier und dort ein. Und das führt uns auf die sogenannte charakteristische Gleichung, die sich aus dieser homogenen Differenzialgleichung ergibt. Also die Null abgeschrieben, das R mal C abgeschrieben, jetzt die erste Ableitung eingesetzt. Dann steht da K mal E hoch Lambda T mal Lambda. Das ist die erste Ableitung. Plus der Ansatz für die Funktion an sich ist K mal E hoch Lambda T. Jetzt kann man durch das K teilen, weil das K nicht Null sein sollte. Wenn das K Null ist, wäre die Funktion immer Null. Das wäre ziemlich albern. Das wäre zwar eine Lösung, aber das wäre eine sogenannte triviale Lösung. Außerdem kann man durch die E-Funktion teilen, weil die E-Funktion auch nie Null wird. So, dass da überbleibt. Null ist R mal C mal Lambda plus 1. Das kann man jetzt nach Lambda umstellen, indem man das 1 auf die andere Seite holt und durch R und C teilt. Dann steht da Lambda ist minus 1 durch R C. Damit ist jetzt schon mal das Lambda bestimmt. Hier in der E-Funktion für unsere Lösung. Jetzt brauchen wir noch die Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung. Das ist die sogenannte partikuläre Lösung oder stationäre Lösung. Das ist die, die sich ergibt, wenn man sozusagen das T gegen unendlich gehen lässt, was für sehr lange Zeiten passiert. Wenn wir hier diesen Schalter zumachen und einfach sehr lange warten, sind alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen. An der Kapazität hier, wenn alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind, ist die Spannung konstant. Wenn diese Spannung konstant ist, ist die Ableitung dieser konstanten Null. Das heißt, der Strom ist Null. Wenn der Strom Null ist, fällt über dem Widerstand auch keine Spannung ab. Das heißt, für lange Zeiten im stationären Zustand muss diese Kapazität hier auf die Quellspannung aufgeladen sein. Also, das ist die partikuläre Lösung, die stationäre Lösung, die Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung. Daraus ergibt sich jetzt eine Gesamtlösung. Und diese Gesamtlösung UC von T ist einfach das, was hier steht. K mal E hoch Lambda T. Das Lambda setze ich jetzt mal noch nicht ein. Das macht die Sache hier nicht einfacher. Und dann eben plus das UQ. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist dieses K hier. Und das kriegen wir jetzt aus dieser Anfangsbedingung raus. Indem wir mal einsetzen, also unsere Anfangsbedingung. UC von T gleich Null ist minus 15 Volt. Das wissen wir von dort. Und ja, jetzt einfach hier in die Gleichung T gleich Null eingesetzt. Dann steht da K mal E hoch Null. Das schreibe ich mal hin. K mal E hoch Null plus UQ. Und E hoch Null ist das gleiche wie 1. Also steht da K plus UQ. Und das kann man jetzt eben wunderbar nach K umstellen. Und dann steht da K ist das gleiche wie minus 15 Volt minus UQ. Minus 15 Volt minus UQ. UQ sind 25 Volt. Und dann ist das K minus 40 Volt. So, und damit kann man tatsächlich die fertige Lösung für die gesuchte Spannung über der Kapazität schreiben. Die ist also das, was hier schon steht. Bloß, dass wir jetzt für das K eben noch den bestimmten Wert dort einsetzen. Und dann ist UC von T. Ich drehe das jetzt mal um. UQ ist konstant. 25 Volt minus 40 Volt mal E hoch minus T. Und setze das Lambda ein. T durch RC. Und für das RC könnte man jetzt auch schreiben, dass RC das gleiche ist wie eine Zeitkonstante Tau. Und indem man dann mal die Werte einsetzt, kann man auch das RC hier bestimmen. Also 3,3 mal 10 hoch, 10 hoch plus 3 ist ein Kilo. 10 hoch 3 Ohm. Ohm sind Volt durch Ampere. Mal diese 6,8 Mikrofarad. Mikro sind 10 hoch minus 6. Und Farad sind Ampersekunden pro Volt. Und dann sieht man, dass sich Volt gegen Volt und Ampere gegen Ampere kürzen. So, dass da halt tatsächlich Sekunden als Einheit überbleiben. Und die Zahlenrechnung kann man mit dem Taschenrechner machen. Also 3,3 Kilo mal 6,8 Mikro. Und dann sind das 22,44 Millisekunden. Die dort als R mal C, als diese Zeitkonstante Tau herauskommen. Also ungefähr in dieser Größenordnung spielt sich das Laden dieser Schaltung auf. Oder spielt sich das Aufladen dieser Schaltung ab. So, damit war Teil A fertig. Also das war jetzt eigentlich alles Teil A. In Teil B dieser Aufgabe ging es jetzt darum, um noch zu sagen, zu welchem Zeitpunkt, also wann, wird UC von T gleich 0. Und das heißt, wir nehmen jetzt diese Gleichung und setzen die hier hinten zu 0. Und überlegen uns, wann das halt passiert. Jetzt kann man halt die 25 Volt wieder auf die andere Seite holen. Das schreibe ich mal weiter. Also dann steht da minus 40 Volt mal die E-Funktion mal E hoch minus T durch RC ist gleich minus 25 Volt. Dann kann man auf jeden Fall schon mal die Volt kürzen und man kann das Minus wegkürzen. Und man kann durch 40 teilen, die 40 auf die andere Seite rüberholen. Und 25 Vierzigste teilen, das sind dann halt 5 Achtel. Und dann muss die E-Funktion noch weg. Die Umkehrfunktion der E-Funktion ist die Logarithmus-Funktion. Also nehmen wir den natürlichen Logarithmus dieser Gleichung. Dann bleibt auf dieser Seite der Gleichung eben über minus T durch R mal C. Und auf der anderen Seite der natürliche Logarithmus von 5 Achtel. Und jetzt kann man halt das RC noch auf die andere Seite rüberholen. Mal RC. Und das Minus, also hier steht ja der Logarithmus von einer Zahl, die kleiner als 1 ist, der ist negativ. Und die Minus davor wird das dann eben wieder was Positives. Die Zeitkonstante hier oben, die haben wir gerade schon ausgerechnet. Das kann man jetzt einfach einsetzen. Und dann kommt man da drauf, dass das hier 10,55 Millisekunden sind. Und also nach 10,55 Millisekunden ist der Kondensator hier so weit aufgeladen, dass der von seiner negativen Anfangsspannung die Spannung 0 erreicht hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel diesen negativ aufgeladenen Kondensator sozusagen genau neutral laden möchte, müsste man den Schalter so lange zulassen. Dann hat der Kondensator genau 0 Volt und genau nach diesen 10,55 Millisekunden den Schalter aufmachen, dann ist der Kondensator genau entladen, genau leer. Wenn man den Schalter zulässt und lange wartet, dann wird der Kondensator irgendwann auf die 25 Volt von der Quelle aufgeladen. So, damit war und ist diese Aufgabe eigentlich gelöst mit diesem Lösungsweg hier. So richtig wahnsinnig typische Fehler gab es dabei nicht. Einige Leute haben komischerweise mit 12 Volt gerechnet, obwohl hier 25 Volt gegeben waren. Eventuell, wenn man die 12 Volt mal irgendwie aus einer anderen Aufgabe verinnerlicht oder auswendig gelernt hat, gab es natürlich so einige Probleme beim Umstellen und Aufstellen in dieser Differenzialgleichung auch beim Lösen. Es gab auch einige, die versucht haben, hier sowas in der Art wie mit einem Spannungsteiler zu rechnen. Ich versuche das mal hinzuschreiben. Also UC ist UQ mal C durch R plus C. Das funktioniert natürlich überhaupt gar nicht, weil R und C haben ja unterschiedliche Einheiten. Wie will man die hier unten miteinander addieren? Also wenn sowas funktionieren sollte, dann könnte man natürlich sowas wie so einen komplexen Spannungsteiler nehmen. Also die Impedanz von dem C durch die Impedanz von dem C plus die Impedanz von dem R mit komplexen Impedanzen. Aber Achtung, da müssen hier vorne auch komplexe Zeiger stehen und eben keine Zeitfunktion. Dann funktioniert das nur, wenn das hier eine sinusförmige Spannung wäre und das hinten dementsprechend auch eine sinusförmige Spannung ist, die sich als Zeiger beschreiben lässt. Und dann kann man mit dieser komplexen Rechnung natürlich auch nur den eingeschwungenen Zustand beschreiben und dann darf sie diesen Schalter nicht geben. Also diese rote Variante hier, die ist auch nicht so zielführend, obwohl sie jetzt fachlich nicht falsch ist. Aber die hilft bei dieser Aufgabe einfach nicht. Ja, und hier hinten bei dem Teil B gab es vielleicht eventuell ein paar Probleme, hier mit den richtigen Einheitenvorsätzen und so rumzurechnen, um diese Zeitkonstante auszurechnen. Oder man hatte Probleme, dann diese Gleichung hier nach der Zeit umzustellen, weil man zum Beispiel nicht auf den Logarithmus als Umkehrfunktion der E-Funktion gekommen ist. Und einige haben die Aufgabe auch ein bisschen falsch interpretiert. Da stand ja, wann wird UC von T gleich 0? Die haben das nicht so interpretiert, als dass es darum ging, jetzt da einen Zeitpunkt T, eine Zeit T auszurechnen, sondern haben wir irgendwelche Bedingungen hingeschrieben, was wohl sein müsste in der Schaltung, damit UC von T wieder 0 wird. Zum Beispiel, indem man jetzt hier irgendwie noch einen Widerstand wieder parallel schaltet, der diesen Kondensator halt irgendwann entlädt. Naja, das ist jetzt auch nicht so ganz falsch, aber auch nicht so ganz richtig und nicht unbedingt die Lösung der Frage, wann zu welcher Zeit wird diese Spannung da 0?